Es ist 11 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Gudrun Skupin. Die Übersicht. Bundeskanzler Scholz empfängt ukrainischen Präsidenten Zelensky. USA begrüßen Feuerpause in Nahost. In der Türkei wird ein neuer Präsident gewählt. Das Wetter vielerorts bewölkt, vereinzelt Schauer, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Berlin. Der ukrainische Präsident Zelensky ist vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen worden. Bundeskanzler Scholz begrüßte den Staatsgast. Rund um das Regierungsviertel in Berlin gibt es umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen. Zum Auftakt seines Deutschlandbesuchs traf Zelensky Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue. Dort schrieb er ins Gästebuch, Deutschland sei ein wahrer Freund und ein verlässlicher Partner. Es ist Zelenskys erster Besuch hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Eine Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte ihn am Abend in Rom abgeholt, wo er unter anderem Papst Franziskus getroffen hatte. Am Nachmittag sollen Zelensky und das ukrainische Volk mit dem Aachener Karlspreis geehrt werden. Ob der Präsident aus diesem Anlass nach Aachen reist, ist noch offen. Bremen. Im kleinsten deutschen Bundesland wird heute eine neue Bürgerschaft gewählt. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Auch 16-Jährige dürfen ihre Stimme abgeben. Bürgermeister Bovenschulte von der SPD regiert seit 2019 und will sein Amt verteidigen. Laut Umfragen liegen seine Sozialdemokraten knapp vor der CDU. Bovenschulte führt derzeit eine Koalition mit Grünen und Linken. Wichtige Themen im Bremer Wahlkampf waren Bildung, Sicherheit und Verkehr. Washington. Die USA haben die Waffenruhe zwischen Israel und der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad begrüßt. Die Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, es gehe darum, ein Ende der Kampfhandlungen zu erreichen und den Tod weiterer Menschen zu verhindern. Die Feuerpause war gestern Abend vereinbart worden. Ägypten hatte zwischen beiden Seiten vermittelt. Medienberichten zufolge gab es zunächst noch Kämpfe, inzwischen wird die Waffenruhe aber eingehalten. Ankara. In der Türkei sind mehr als 60 Millionen Menschen aufgerufen, heute ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Wahllokale sind von 7 bis 16 Uhr unserer Zeit geöffnet. Die Abstimmung gilt als Richtungswahl. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Erdogan und Oppositionsführer Kelle Ciaroglu voraus. Es wird erwartet, dass erst eine Stichwahl am 28. Mai eine Entscheidung bringt. Mit Ergebnissen wird in der kommenden Nacht gerechnet. Auch in Thailand hat die Parlamentswahl begonnen. Dort liegen in den Umfragen die Oppositionsparteien vor der Partei des von der Armee unterstützten Ministerpräsidenten Prayuth Canocha. Palma. Auf der Ferieninsel Mallorca haben drei bei Deutschen beliebte Strände das Gütesiegel blaue Flagge verloren. Dieses steht für hervorragende Qualität und orientiert sich etwa an der Sauberkeit des Wassers oder am allgemeinen Zustand der Strände und ihren Einrichtungen. So verlor etwa die Cala Grande in der Gemeinde Santani die Flagge, weil die Wasserqualität nur noch als gut eingeschätzt wurde und nicht mehr als exzellent. Auch der Ballermann und der Strand Estrenk haben keine blaue Flagge mehr, aber aus anderen Gründen. Das Gütesiegel ist kostenpflichtig und die Stadt Palma hat es für die beiden Strände nicht mehr beantragt. Liverpool. Die Schwedin Lorraine hat in diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen. Ihr Song Tattoo wurde in der Nacht von Jury und Publikum zur Besten der 26 Darbietungen gekürt. Auf die Plätze zwei und drei kamen Finnland und Israel. Deutschland landete mit der Band Lord of the Lost auf dem letzten Platz. Das Wetter in Bayern, Wolken und dazwischen auch sonnige Abschnitte, ab dem Nachmittag einzelne, teils gewittrige Schauer, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht teils klar, teils bewölkt, vor allem in Alpennähe und Niederbayern Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Und die weiteren Aussichten, oft Wolken und zeitweise Regen, Höchstwerte tagsüber bei 10 bis 19 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr. Zur Verkehrslage, weiterhin normaler Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Soweit dieser Service. BR Heimat, so schön klingt Blasmusik. Mit Schwarzschried. Heute ist Sonntag, der 14. Mai und ein ganz besonderer Sonntag nämlich der Muttertag. Ich grüße alle Mütter, alle Mamas, wünsche Ihnen alles Gute zum Muttertag. Ich grüße natürlich alle unsere Blasmusikfreunde. Herzlich willkommen. So schön klingt Blasmusik, heißen die nächsten zwei Stunden. Und wir wollen Sie mit viel Emotion zu diesem Muttertag beginnen. Emotions heißt ein Marsch, den Guido Hen komponiert hat und auch mit seiner goldenen Blasmusik für uns jetzt spielt. Mit viel Emotion. Musik 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 Rudi Fischer und die Ergäushäuser Musikanten haben uns ja die passende Polka zum heutigen Muttertag gespielt, nämlich die Muttertags-Polka, die hat der Rudi auch komponiert. Auch das nächste Stück ist eigentlich ein wunderbarer Walzer, der zum heutigen Tag passt, nämlich der Walzer Mama. Und den hat Ernst Mosch 1979 aufgenommen und sein damaliger Konzertmeister, der erste Klarinizist Frank-Tolinarek, hat den Text dazu geschrieben. Und den werden uns jetzt Barbara Rosen und Ernst Mosch höchstpersönlich singen. Heute zum Muttertag unsere Mosch-Rarität aus dem Jahr 79. Ernst Mosch, die Original-Egerländer-Musikanten und Mama. Musik 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 Mama, lass mich dir einmal sagen, Musik 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 Dein Wort kann es im Leben Schöneres geben als nur das Vöhrchen Mama. Musik All unsere Sorgen armst du uns fort, mit deinem Lächeln, mit deinem Wort. Kann es im Leben Schöneres geben als nur das Vöhrchen Mama. Musik All unsere Sorgen armst du uns fort, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln. Musik All unsere Sorgen armst du uns fort, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln. Musik All unsere Sorgen armst du uns fort, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln, mit deinem Lächeln. Musik 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 Drei Gesellen waren das von den holzfreibürmischen drei Musikanten, Musik 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 und der Manuel Heizmann, das Tenorhorn. Die Holzfreiböhmischen haben begleitet, der Wasti Höglauer ist ja der Chef der Holzfreiböhmischen, unsere drei Gesellen mit ihrem Ständchen. Unser nächster Solist spielt jetzt ganz speziell ein Trompetenständchen für die Elfriede. So heißt dieses Solo. Otto Sauter, einer der ganz Großen in der Trompetenkunst, weltweit ist er unterwegs, hauptsächlich mit seiner Hochbeet-Trompete, gibt viele, viele Konzerte mit allen namhaften Konzerthäusern oder in allen namhaften Konzerthäusern dieser Welt. Und er spielt ab und zu, auch wenn es ihm die Zeit erlaubt bei seinem Bruder, beim Uwe Sauter. Er spielt auch Trompete und leitet auch die neuen Böhmerländer. Und mit ihnen zusammen hat er eben dieses Solo aufgenommen. Also Otto Sauter an der Solo-Trompete, Uwe Sauter dirigiert die neuen Böhmerländer. Und hier ist das Ständchen für die Elfriede. Musik 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 ... Musik 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 Anton Gellian, seine Scherz sagt Haller Blasmusik, haben uns eine Polka von Matthias Gronert gespielt, die Fernweh-Polka, ja das könnte man jetzt bekommen, Fernweh bei diesem Wetter. Nicht einmal mehr der Muttertag ist ein Garant für Sonnenschein, früher war das immer so, dass am Muttertag einfach immer die Sonne gescheint hat, aber sie scheint ja heute auch, aber sie kommt nicht richtig durch, aber wir reden jetzt nicht über das Wetter, wir reden jetzt über Legenden, über lebende Legenden, so heißt ein Marsch, den hat Stefan Stranger komponiert und die Heimatländer Musikanten haben ihn aufgenommen auf der neuen CD und die Heimatländer Musikanten wurden von Franz Schuber 1986 gegründet, kommen aus Österreich, in der Nähe von Bischofshofen sind sie zu Hause und man kann sagen, der Franz Schuber und die Heimatländer Musikanten sind auch lebende Legenden und so heißt auch der Marsch, hier sind sie. Musik 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 Die vier Hinterberger Musikanten unter der Leitung von Hans Obermeier haben uns mit dem Solisten, mit dem Langsepp Josef Lang Freut euch des Lebens gespielt und sie freuen sich noch alle, natürlich die Hinterberger und alle die in Nussdorf und drumherum wohnen, auf das große Musikfest, nämlich das beginnt jetzt am kommenden Mittwoch, das 57. Bezirksmusikfest im Inn-Chiemgau-Kreis in Nussdorf, am Inn findet es statt und es beginnt am Mittwoch mit einem Bieranstich, da spielt die Musikkapelle in Nussdorf, am Donnerstag gibt es dann ein großes Vatertagsfest mit den jungen Hinterbergern, Dettendorfer Betriebsmusik spielt und die Blaskapelle Promille, am Freitag dann ein großes Weinfest, am Samstagabend ist dann der Festakt und am Sonntag natürlich den Empfang der Vereine und anschließend nach dem Festgundesdienst einen großen Festzug und abgeschlossen wird das Fest am Montag mit einem Kesselfleisch und Spannverkläsen und der Musikkapelle Erl, also alle die in Nussdorf und drumherum wohnen, kommendes Wochenende, langes Wochenende gibt es das große 57. Bezirksmusikfest und wer die Musikfeste kennt, der weiß, das sind ganz besondere und wunderschöne Feste. Die Blaskapelle Promille spielt in Nussdorf am Donnerstagabend ab 18 Uhr und die spielt bei uns jetzt um 11.35 Uhr in unserer Sendung. So schön klingt Blasmusik. Musikanten Kirta hört die Blaskapelle Promille. Musikanten Kirta오 Musik 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 Die Passauer drei Flüssemusikanten unter der Reitung des unvergessenen Manfred Herre haben uns dem Hirschberg schottisch gespielt und die sind auch unterwegs, die Passauer. Drei Flüssemusikanten auch am nächsten Sonntag, den ihr da findet, auch am kommenden Wochenende das große Bezirksmusikfest, das 40. Bezirksmusikfest in Opernzell, Stadt Opernzell, das ist ein bisschen nach Passau und da ist am Donnerstag, den 18. Mai, so ein Vatertag, Feiertag, um 6 Uhr in der Früh der erste Opernzeller Kocherlball, das ist natürlich was ganz Besonderes, also den kennen wir ja sonst vom Englischen Garten, vom Chinesischen Turm in München, aber die Opernzeller machen auch einen Kocherlball in der Früh um 6 Uhr. Dann gibt es ein Frühschoppen, es gibt natürlich auch viel zu bieten, am Freitagabend spielt die Knappenkapelle Kropfmühl und die Blaskapelle Karambola spielt am Samstagabend. Nachmittags ist ein großer Jugendkapellennachmittag und am Sonntag gibt es dann den Tag der Vereine und Musikfreunde, natürlich auch mit Festgottesdienst, Festzug und wie gesagt ein Blasmusikfrühschoppen und Festausklang mit den drei Flüssemusikanten aus Passau, also das Ganze am kommenden Wochenende in Obernzell. Es ist viel geboten an diesem Wochenende, natürlich mit dem Feiertag am Donnerstag ist es natürlich auch sehr, sehr willkommen, dass man da ein großes Fest aufzieht. So und wir ziehen jetzt auf einen wunderbaren Solisten und zwar den hören wir jetzt. Er spielt uns eine Romanze für Tenorhorn, die hat Pavel Stanik komponiert und Ernst Hutter interpretiert sie natürlich wunderbar zusammen mit seinen Egerländer Musikanten. Amen. 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 Musik 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 Die Tegernseer Tanzlmusik hat uns die Gorsberg Polka gespielt. Ja gut, das war schon eher ein Galopp, eine sehr flotte Polka. Der Tegernseer ist ja nicht weit entfernt von der Stadt Bad Tölz, beziehungsweise Tölz ist nicht weit entfernt vom Tegernseer. Und die Musikanten kennen sich ja alle untereinander. Auch die von der Tölzer Stadtkapelle kennen natürlich die Tegernseer Tanzlmusik. Und die Tölzer Stadtkapelle steht bei uns jetzt auf dem Programm. Der Sepp Kronwitter ist schon viele, viele Jahre Dirigent. Ein guter alter Freund von mir. Wir haben zusammen studiert am Richard Strauss Konservatorium. Und er ist ein großartiger Dirigent und dirigiert uns jetzt den Marsch Blauer Enzern. Hier ist die Tölzer Stadtkapelle mit dem großen Marsch von Ernst Hoffmann. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Alpenblech hörten wir mit einem Walzer von Matthias Rauch. Klaus Schwärzler ist der Chef und er hat diesen Walzer ausgesucht für die neue CD, den Walzer für Mama. Und das ist natürlich der passende Walzer heute für den 14. Mai, ein ganz besonderer Tag. Heute ist ja Muttertag. Also noch einmal für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben, wünsche ich noch einmal alles Gute allen Müttern, allen Mamas zum heutigen Muttertag. Die Macht der Musik, das wissen wir, dass die Musik eine große Macht hat, Emotionen hervorruft, auch tröstet und Freude bereitet. Die Obermüller Musikanten spielen wir uns jetzt diesen Marsch, den der Sebastian Höglauer, der was die komponiert hat. Die Obermüller Musikanten unter der Leitung von Maxi Obermüller, die Macht der Musik. Die Obermüller Musikanten 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 Musik 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 Die Obermüller Musikanten mit dem Marsch die Macht der Musik. Das 12 Uhr Leuten kommt heute pünktlich aus Heidegg in Mittelfranken und danach gibt es einen zweiten Teil. So schön klingt Blasmusik. Ich freue mich. Bis dann. Musik Es ist 12 Uhr. Das Mittags Leuten kommt heute von der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer im mittelfränkischen Heidegg. Musik Musik Es ist 12 Uhr. Die kleine Stadt im Landkreis Roth ist erst an heutiger Stelle gegründet worden, als die Herren aus dem Geschlechter Heidegger auf den Anhöhen nicht mehr genügend Platzfähre untertanen hatten. Die im 12. Jahrhundert gegründete Burg am Platz des heutigen alten Heidegg ist längst verfallen. Danach erwählten sich die Herren den über 600 Meter hohen Schlossberg als Standort. Doch auch von dieser Burg sind nur noch Reste zu sehen. Ein schönes Fleckchen Erde haben die Heidegger seinerzeit ausgesucht. Umgeben von Bergen, eingeschlossen von ausgedehnten Wäldern, heute reizvoll gelegen zwischen Rothsee und Brombachsee. Doch nicht nur die Landschaft, auch der historische Stadtkern lädt zum Entdecken ein. Abseits der Hauptstraße öffnet sich der geräumige Marktplatz. Landwirtschaft und Hopfenanbau haben das Stadtbild geprägt. Und der einstige Getreidekasten mit seinem mächtigen Staffelgiebel dient heute als Rathaus. Johannes dem Täufer geweiht ist die Heidegger Stadtpfarrkirche, deren Glocken jetzt ins Land läuten. Ihr Chorraum wurde 1457 errichtet. An ihn baute man in der Rokoko-Zeit ein neues Kirchenschiff an, das Anfang des 20. Jahrhunderts verlängert wurde. Das Innere von St. Johannes birgt einige wertvolle Kunstschätze, zum Beispiel eine spätgotische Madonna. Aus dem Schülerkreis des Landshuter Bildschnitzers Hans Leinberger stammt diese Plastik, geschaffen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Ebenfalls spätgotisch sind zwei sehenswerte Reliefs im Chorraum. Die weitere Ausstattung stammt überwiegend aus der Zeit des Rokoko. So wie sich die unterschiedlichen Stilelemente innen und außen gut miteinander vertragen, so harmonisch klingen die fünf Glocken von St. Johannes zusammen. Sie wurden im 16., 17. und 20. Jahrhundert in Nürnberg, Heidelberg und Karlsruhe gegossen. Das Mittagsleugnaus Heidegg von Klaus Alter. Gelesen hat Christian Lünwert. BR Heimat, so schön klingt Blasmusik. Mit Schwarzschried. BR Heimat, so schön klingt Blasmusik. Das Mittagsleugnaus Heidegg von Klaus Alter. Başboglos Schwarzschild. Ich grüße Sie ganz herzlich zur zweiten Stunde heute am Sonntag, den 14. Mai. Heute ist Muttertag und unsere Sendung heißt So schön klingt Blasmusik. Und unser erstes Stück in der zweiten Stunde heißt So schön ist Blasmusik. Erich Precht hat diesen Titel komponiert und das Heeresmusik Chor Ulm unter der Leitung von Matthias Brock aufgenommen. Sie kennen alle diese wunderbare Melodie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Michael Klostermann spielte uns einen polnischen Marsch, und zwar den POS-Marsch von Edward May. Und dieses POS steht für die Abkürzung Pansdowa aus Naka Sportowa. Das ist ein berühmtes polnisches Sportabzeichen. Und diesem Sportabzeichen hat eben Edward May diesen Marsch gewidmet, der häufig und gerne gespielt wird. Auch das nächste Stück ist ein Sportabzeichen wert, denn man muss ziemlich sportlich sein, wenn man sie spielt, die bayerische Polka auf der Posaune. Und Bernhard Wanecek, der beherrscht dieses natürlich ganz, ganz hervorragend. Er spielt auch bei Michael Klostermann und spielt uns jetzt die bayerische Polka des Komponisten, der aus Berlin stammt, nämlich von Georg Lohmann. Musik 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 Die sieben Rhöner Franken haben uns einen Walzer gespielt von Edi Sager, der spielt auch mit, spielt Flügelhorn bei diesem kleinen Orchester und dieser Walzer heißt Liebe ist Punkt, 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 Punkt Das kann man sich dann selber überlegen was die Liebe ist. Übrigens die sieben Rhöner Franken sind auch mit dabei beim diesjährigen Finale des Grand Prix der Blasmusik, das am Sonntag, den 29. Oktober am 17. in der Big Box stattfindet Infos, Karten wer alles dabei ist, finden Sie natürlich im Internet. In der Jury sitzen Wolfgang Grönbauer, Bertolt Schick und Norbert Rabansa, das ist ja der Chef der Innsbrucker Böhmische und der ist auch zu Gast beim großen Bezirksmusikfest in Dirlewang, das findet auch jetzt an Stadt Dirlewang, ist in der Nähe von Mindelheim und hat Bezirksmusikfest, das beginnt auch am Mittwoch mit Blech Express dieses Orchester, können wir auch von unserer Sendung am Donnerstag, Vatertag dann Frühschoppen und am Abend dann am Donnerstag die Innsbrucker Böhmische Untertreitung von Norbert Rabansa. Am Freitag gibt es dann Mukasek mit Unterhaltung und am Samstag ist ein großes Musikantentreffen in Dirlewang mit Fünferblech, Bio Brass und Brass und so weiter und so fort, also auch Orchester, die Sie aus unserer Sendung kennen, Sonntag ist dann wie immer beim Musikfest natürlich der große Gemeinschaftschor Festgottesdienst, Frühschoppen und so weiter und so fort und wie gesagt am Donnerstag, Vatertag abends 20 Uhr die Innsbrucker Böhmische hier im Allgäu zu Gast unter der Leitung von Norbert Rabansa und die sind jetzt auch bei uns im Programm mit einem Marschlied Wer seine Heimat liebt die Musik und den Text hat der Matthias Rauch geschrieben der auch bei dem Innsbrucker Böhmischen Bariton spielt und wer seine Heimat liebt, der weiß, was er hat in dem Fall ist es natürlich die Heimat Südtirol mit dem Musik Wer seine Heimat liebt, weiß, was Liebe ist. Wer seine Heimat liebt, fühlt sich nie allein. Denk an deine Freunde und an dein Zuhause. Nur wer die Heimat liebt, findet auch sein Glück. Musik 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 Denk an deine Freunde Und an dein Zuhause Nur wer die Heimat liebt, findet auch sein Glück. Musik 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 Die Sandberger Musikanten Die Sandberger Musikanten Jetzt Grüße in die Schweiz mit unserem Solotrompeter Walter Schulz. Grüezi wohl heißt das Stück herbebebegleitet von Rolf Schneebiegel und den Original Schwarzwald Musikanten. Also Grüezi in die Schweiz. Musik 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 Die Musikatzen aus der Gegend um Neumarkt St. Veith haben uns den Krühmarsch gespielt, ein sehr virtuoses Werk. Ja, aber oft sind es ja die leisten, die sanften Töne, die am beliebtesten sind, auch die schönsten Töne, sind aber auch sehr schwer zu spielen. Sweet Memory heißt unser nächstes Stück des Bertolt Schick, zusammen mit Allgäu 6 spielt, er ist ja Chef von Allgäu 6 und spielt in dem Fall auch bei dieser süßen Erinnerung die Solo-Posaune. Hier ist Bertolt Schick. Musik 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 Weil die Maublasen, wie der Name schon sagt, vom Main kommt, aus dem Frankenland und weil sie stets fidel sind, hat ihnen Franz Watz diesen Marsch geschrieben und gewidmet Frank und Fidel. Und jetzt haben wir noch nette Klarinetten, Stefan Walter und Peter Winkler, beides Klarinettisten vom Rundfunkblasorchester Leipziger, spielen uns diese netten Klarinetten, der Stefan Walter hat dieses Solo-Stück auch komponiert. Musik 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 Brassessoir, das ist ein Blechbläserensemble, bestehend aus fünf jungen, hübschen Damen, die kommen aus Österreich und Bayern und weil sie blond sind, haben sie sich diesen Blondinenwalzer gespielt, komponiert und auch aufgenommen. Und wir kommen jetzt zur Militärmusik Kärnten. Sigismund Seidel ist ein Mann, der schon viele Märsche aufgenommen hat und zwar auch ja unbekannte, extravagante, zum Beispiel The Clexon heißt ein Marsch, ein schneller Marsch, also nicht zu vergleichen mit unserer Marschmusik, er kommt aus Amerika und wurde von Henry Fillmore für die Automobilshow in Cincinnati 1930 bereits komponiert. Hier ist er, der Zirkus Marsch aus Amerika. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bundeskanzler Scholz versicherte erneut, dass Deutschland weiter an der Seite der Ukraine stehe Angesichts des Schreckens und des himmelschreienden Unrechts durch diesen Krieg rückten Deutschland und die Ukraine noch näher zusammen Scholz und Zelensky fliegen in Kürze nach Aachen, wo der ukrainische Präsident den Karlspreis entgegennimmt Bremen Bei der Bürgerschaftswahl zeichnet sich eine etwas höhere Wahlbeteiligung ab als vor vier Jahren Bis zum Mittag hatten rund 22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleitung mitteilte Bei der letzten Wahl waren es etwa 20 Prozent Bislang regiert in dem kleinsten Bundesland eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen Bürgermeister Bovenschulte will im Amt bestätigt werden In letzten Umfragen liegt seine SPD knapp vor der CDU Auch von den Bundesparteien wird die Wahl interessiert beobachtet Die FDP setzt auf ein Ende ihrer Misserfolge bei Landtagswahlen Die Grünen erwarten Minuspunkte wegen ihrer umstrittenen Heizungspläne und dem Vorwurf der Vetternwirtschaft Tel Aviv Israel hat nach der Waffenruhe mit militanten Palästinensern die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet Das Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder von Tank und Lastwagen, die offenbar am Morgen die Grenze passierten In den vergangenen Tagen war es dort immer wieder zu Mörseangriffen von palästinensischer Seite gekommen Die von Ägypten vermittelte Feuerpause scheint vorerst zu halten, sie war gestern Abend in Kraft getreten Die Lage beruhigte sich aber erst in den frühen Morgenstunden Bei den Angriffen der letzten fünf Tage sind 35 Menschen getötet worden Nagasaki Die Gesundheitsminister der sieben führenden Industrienationen haben sich darauf verständigt, die Auswirkungen einer Long-Covid-Erkrankung besser zu erforschen Die Ressortschefs vereinbarten bei ihrem Treffen in Japan, eine Forschungsinitiative aufzunehmen Bundesminister Lauterbach sagte, die Folgen der Pandemie seien noch nicht bewältigt Man werde mit Hochdruck daran arbeiten, neue Therapien zu entwickeln und die Versorgung zu verbessern Die Initiative soll im kommenden Jahr unter italienischer Präsidentschaft konkretisiert werden Nach den Worten von Lauterbach soll sie Millionen Long-Covid-Kranken weltweit Hoffnung geben Liverpool Der Norddeutsche Rundfunk hat Lehren aus der Pleite beim Eurovision Song Contest versprochen Der Chef des Teams, das für den Wettbewerb verantwortlich ist, Andreas Gerling, nannte das Ergebnis enttäuschend und ernüchternd Es müsse nun darüber diskutiert werden, warum auch dieser Titel beim ESC nicht verfangen habe Die Hamburger Band Lord of the Lost wurde mit ihrem Titel Blood and Glitter letzter Schon vergangenes Jahr war der Deutsche Beitrag ganz hinten gelandet Siegerin des Wettbewerbs gestern Abend ist die schwedische Sängerin Loreen mit dem Song Tattoo Das Wetter in Bayern In Alpennähe bewölkt, zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten Später örtlich gewittrige Schauer, die Höchstwerte 12 bis 20 Grad Kommende Nacht heizklar, teils bewölkt, die Tiefstwerte um 8 Grad Die Aussichten auch in den kommenden Tagen regnerisch, 9 bis 16 Grad Es ist 13.04 Die Verkehrsmeldungen Die A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Kreuz Regensburg und Regensburg Universität blockiert ein defekter Pkw die rechte Spur Die A8 Salzburg Richtung München zwischen Bad Aibling und Irschenberg Stau, dort steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur Soweit die Verkehrsübersicht BR Heimat Volksmusik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Kocht mir, meine Mutter, Miedela, Miedela, Heide, Rüldum, Heide, Rüldum, Sint weißer Holz wird Zwiebola, Zwiebola, Heide, Rüldum, Heide, Rüldum, Kocht mir, meine Mutter, Am Brocker, Zum Pulle, Pullen, mein Loka, Zum Pulle, Pulle, Bippi, Denn Brocker, Brocker, Friesi. Musik 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 I hob all der Heiserl am Räu, des Heiserl is nett und schei Gläu Und all meine Zimmer, deut freut mich jetzt nimmer, weil ich bin im Heiserl allein Weil ich bin im Heiserl allein Ich kenn einen schönen Baum in der Gmau, der weiß und versteht, weil ich im Mau Zum Morgen bin ich genommen auf ein etliche Sommer, ich bin jetzt nimmer allein Ich bin jetzt nimmer allein Musik Musik Und Kinder haben wir schon zwei, die sie singen, ein Hitz und ein Geschreit Am einen Mau, was nimmermau, um ein dumm Ränder Ich wollt, ich war wieder allein Ich wollt, ich war wieder allein Musik 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 Wir haben daheim einen alten Witz da, der Vater sagt, wir sollten einen Weg da. Mutter sagt, wir sollten einen Gehalten, den Witz da, den alten. Die Mutter sagt, wir sollten einen Gehalten, den Witz da, den alten. Musik Wir haben daheim einen alten Ufer, auf den da kommen wir nicht mehr Guckern. Meinst du, das ist ein Neunderleidat, wenn die Mutter nicht so streitet? Meinst du, das ist ein Neunderleidat, wenn die Mutter nicht so streitet? Musik Ich hab daheim so alte Bämmschuhe, mit denen geht's schon statt ein Entzug. Meinst du, das ist ein Neukriegat, wenn die Mutter nicht verbietet? Meinst du, das ist ein Neukriegat, wenn die Mutter nicht verbietet? Musik Wir haben daheim so alte Deckel, die haben schon lecker wie mein Segel. Musik 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 Bauer, sei Staat, sei Staat, Staat, sei Staat, Gott sieh's im Haus. Bauer, sei Staat, sei Staat, Staat, sei Staat, Gott sieh's im Haus. Smuts alles, pumpen zund, schau noch grad naus. Hinter der Kommadier, Kommadier, lords auf Rau maus. Smuts alles, pumpen zund, schau noch grad naus. Hinter der Kommadier, Kommadier, lords auf Rau maus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik B.R. Heimat So klingt Bayern. Musik B.R. Heimat 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Untertitelung. BR 2018 Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich für die angekündigte neue deutsche militärische Hilfe an sein Land bedankt. Bei einer Pressekonferenz anlässlich seines Besuchs in Berlin sagte Zelensky, sie sei sehr wichtig für sein Land. Das ukrainische Volk werde immer dankbar sein. Zur Frage nach der Lieferung von Kampfjets sagte Zelensky, er arbeite während seines Besuchs in europäischen Hauptstädten an einer Koalition und werde sich auch an die deutsche Seite wenden. Bundeskanzler Scholz äußerte sich dazu zurückhaltend und verwies auf die bereits beschlossene Unterstützung. Gestern war ein neues Paket im Wert von 2,7 Milliarden Euro bekannt geworden. Scholz bestätigte auch, dass er gemeinsam mit Zelensky zur Verleihung des Karlspreises nach Aachen fliegen wird. Berlin. Die Bahn bleibt bei ihren Kulanzregeln trotz des abgesagten Bahnstreiks. Tickets für morgen und Dienstag können schon heute genutzt werden, wie der Konzern online mitteilt. Sollten morgen und Dienstag Züge ausfallen, gelten die üblichen Fahrgastrechte. Damit können die Fahrten später nachgeholt werden. Die Bahn warnt aber vor Reisen ab Mittwoch, da wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag bis zum Wochenende die Züge sehr voll sind. Die Eisenbahngewerkschaft weist darauf hin, dass der Streikaufruf bei privaten Bahnen weiter gilt. Im Freistaat sind davon die Bayerische Oberlandbahn, die Bayerische Regiobahn und der Meridian betroffen. München. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern hat von der Bundesregierung eine unkomplizierte Unterstützung von Kindern aus armen Familien angemahnt. DGB-Chef Stiedl sagte, eine gut gemachte Kindergrundsicherung könne das Leben von 254.000 Kindern und Jugendlichen im Freistaat verbessern. Dafür müssten die Leistungen aus seiner Sicht aber höher sein als beim Bürgergeld. Nur so sei soziale Teilhabe wie Klassenfahrten oder Freizeitaktivitäten möglich. Stiedl verwies darauf, dass viele Familien, die ein Recht auf den Kinderzuschlag haben, diesen nicht beantragen. Sozialleistungen dürften nicht nur auf dem Papier stehen, so Bayerns DGB-Chef. Sie müssten auch bei den Familien ankommen. Istanbul. In der Türkei laufen die Wahlen für ein neues Parlament und den Präsidenten. Rund 61 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Interesse an der Wahl ist groß. So wird zum Beispiel aus Istanbul gemeldet, dass sich lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet haben. Für Präsident Erdogan könnte die Wahl eine Niederlage bringen. Umfragen deuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kilic Taroglu an. Auch in Deutschland werden die Wahlen mit Aufmerksamkeit verfolgt. Rund 1,5 Millionen Türkinnen und Türken konnten seit Ende April ihre Stimme abgeben. Laut Bundesinnenministerium ist mit spontanen Versammlungen zu rechnen. Befürchtet werden auch Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Erdogan und der verbotenen Arbeiterpartei PKK. Dakar. In Myanmar hat Tropensturm Mokka erste Verwüstungen angerichtet. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Das Militär meldet beschädigte Häuser und Boote sowie umgestürzte Funktürme. In sozialen Medien ist von Strom- und Netzausfällen die Rede. Der Zyklon traf mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf die Westküste an der Grenze zu Bangladesch. Meteorologen sprechen vom schwersten Sturm seit zwei Jahrzehnten. Nach Behördenangaben haben bereits 500.000 Menschen Schutz gesucht, tausende flohen in Klöster und Schulen. In Bangladesch sorgen sich Helfer um die Rohingya in einem großen Flüchtlingslager. Mehr als eine Million Menschen lebt dort in notdürftigen Hütten. Das Wetter in Bayern, in Alpennähe bewölkt und zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, später örtlich gewidrige Schauer, die Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Kommende Nacht, teils klar, teils bewölkt, besonders in Alpennähe und den Teilen Niederbayerns Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Die weiteren Aussichten, auch in den kommenden Tagen regnerisch, 9 bis 16 Grad. Es ist 14.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Die A93 Holledau Richtung Regensburg ist zwischen Saalhaupt und Bad Abach nach einem Unfall im Baustellenbereich gesperrt, zurzeit drei Kilometer Stau ab Hausen. In Richtung Holledau ist die A93 wegen der Bergungsarbeiten ebenfalls gesperrt. Soweit die Verkehrsübersicht. 2ente 2ne 1ne Amen. 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 Ich hab mir jetzt ein Cabriolet gekauft, das ist eine super Sache. Meine Mama hat gesagt, was soll der Schmarrn, das Auto hat doch kein Dach. Drauf hab ich gesagt, geh da, schau her, das ist ein super Handel. Wir haben doch jetzt da in Bayern bald den Klimawandel. Ich hab mir jetzt ein Schifferl gekauft, das macht für euch schon was her. Meine Mama hat gesagt, da spielst du jetzt ganz, wir haben doch da gar kein Meer. Wenn's Wasser weiter steigt, sag ich, dann wird's ein super Handel. Wir haben doch jetzt da in Bayern bald den Klimawandel. Geh im Sommer durch die Stadt, da mach ich große Augen. Bauchfreitops und Mini-Reck, da kommst du nicht mit mit dem Schauen. Da denk ich so, bei mir, oh, oh, es wird ein super Handel. Die haben ja jetzt schon fast nix so und dann der Klimawandel. Oh, nee, Winterkwandel, oh, nee, Boogspeitsmantel, bloß durch ein Oscherpantel. Oh, nee, Winterkwandel, oh, nee, Boogspeitsmantel, bloß durch ein Oscherpantel. Oh, nee, Winterkwandel, oh, nee, Boogspeitsmantel. Ich hab mir jetzt eine Sonnencreme gekauft Mit Lichtschutzfaktor 50 Mein Mama hat gesagt, so ist es recht Endlich wird der Bub vernünftig Die Industrie macht mit dem Zeit Einen super guten Handel Statt dass einmal was unternehmen Der Geld macht mit dem Klimawandel Wenn die Zeit einmal kommt Und am Schier sind und halb im Wasser Immer sicher sein, dass der Klimawandel greift Daher machen wir es uns schön Mit Licht daheim vor dem Kühlschrank Wenn der raue Sandsturm übern Watzmann ume pfeift Ja, ja, ja Daher machen wir es uns schön Mit Licht daheim im Kühlschrank Wenn der raue Sandsturm übern Watzmann ume pfeift Wenn der raue Sandsturm übern Watzmann ume pfeift Wenn der raue Sandsturm übern Watzmann ume pfeift Musik 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 Und draußen bin ich einer Dies Kind schon mein Gewohnt Als Kreuzenschreiber haben mich Bin ich überall bekannt Der Lehrer sagt zwar heut noch Ich hätte im Hirn was gehabt Und wenn's ein Radl zu früh war Bei mir da hat was geschnappt Mein Vater, das geschieht Luder Hat mit zum Sauträum da Jetzt bin ich heut a rümpig Ist hinten vor nichts kam Hätt ich ein Andern von der Kat Gott weiss, was ich heut wär Vielleicht wär ich ein Geistli worn Vielleicht der Herr noch dar So muss ich halt Mist fahren Und kann noch sagen von Glück Wenn ich nicht in dem Mischmasch Und zu gut ein letzter Stück Wenn ich studierend hätte dürfen Dann stand ich jetzt nicht da Ich war ein ganzer Gescheiter Ja, mir da ist keiner roh Zuerst war ich ein Student geworden Ja, ja, das dürft's mir klämen Am Kopf ein farbiges Kappel Anstatt ein Zipfelhaum Dann hätte ich richtig gesuffen Und Salamandergrim Und wenn ich's gut erwischt hätte Dann wär's mir heut nicht geblieben Hätt ich ein Andern von der Kat Dann hätte ich heut ein Geld Ich war von meinen Nachbarn Schon längst in Landtag gewollt Den's Maul recht weit aufreißen Und voll Diäten haben Und rechts ein dumm der Herrin Dies bringe ich noch zusammen Mit dem Tüchsen Schmalz da bin ich A wenig gut beinand Es wird kaum da einer Rinn sein Der, wo mir her werden könnt Weil einer mit mir faust schümm Und hack den Lied und klein Der wird sich schwarei hängen Den I, I fürcht bei Korn Beim Raffer kennt's was gespann Da las ich keinen mehr raus Wenn's einer gar nicht klein will Dem reiß ich pflachsen raus Hätt ich ein Andern von der Kat Dann wär ich g'wachsen heut Ich hau'n tun in die Lätschneid Dies wär mein größte Freude So bin ich beim Raffer Einmal, wenn ich das schlag Nein, so'n g'si wär'n geschieter Hachtung, g'nehm'n 14 Tage Ich denk mir heut' mein Orgel Und pfeif auf die ganze Welt Beim Kartenspillen und Kegeln Versauf jetzt mein Geld Für wen sollt' ich denn hausen? Leicht für mein g'scherten Stamm Für'm Vetter und fürs Basei Dass die, was's nachher ham I fris und sauf, was zeig heut Solange es mir schmeckt Bis auf'r'n Mal wird's weiss Jetzt ist das Viech auch gestorben Hätt ich ein Andern von der Kat Dann schau'n g'schert's anders aus Dann hätt ich von der Kat G'mot is all'n schönste Haus Doch so muss ich denn g'ungert wahn Und wenn's mich auch nicht freut Ich will noch bleib'n Rami Bis in alle Ewigkeit Bis in alle Ewigkeit Bis in alle Ewigkeit Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Berlin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Siegerin des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Musik 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 Er singt Gott Heimersort, ja ganz gsund wenig vor. Er singt Gott, du mein Wern, und zu dir um mich stelle. Er singt Gott. 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 Gott Gott. Er singt 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 Gott. Ja, Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt. Er singt Gott. 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 Er singt, Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt Gott, Er singt Gott. 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 Florian. Er singt Gott. 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 Feuerwehr. Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt Gott. Feuerwehr. Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt Gott. Er singt Gott, Er singt Gott. 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 Man weiß, Er singt Gott, Er singt Gott, Er singt Gott, Ja, Er singt Gott. 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 Er singt Gott, Er singt Gott. Er singt Gott, 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 Berlin. Er singt Gott, SPD, Grünen und Linken geführt. Nach den Wahlen 2019 hatte zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die CDU vorn gelegen. Die zweitplatzierte SPD schmiedete aber ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei und blieb so an der Regierung. Ankara. In der Türkei werden die Stimmen zur Parlaments- und Präsidentschaftswahl ausgezählt. Das Wahlamt spricht von einer Abstimmung ohne Probleme. Die Opposition berichtet allerdings über Unregelmäßigkeiten. So seien reihenweise Stimmzettel von der gleichen Person für Präsident Erdogan abgegeben worden. Andere Stimmzettel seien so gekennzeichnet worden, dass die offiziellen Stempel auf der Rückseite wie eine Stimmabgabe für Erdogan gedeutet werden können. Ergebnisse werden im Lauf des Abends erwartet. Berlin. Bei der Deutschen Bahn fällt morgen ein Drittel der Fernzüge aus. Erst ab Dienstag sind ICE und IC wie gewohnt im Einsatz. Auch heute Abend kommt es zu einigen Zugausfällen. Der Konzern nannte es einen Kraftakt, den Betrieb innerhalb von 24 Stunden wieder umzuorganisieren. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte ihren angekündigten Warnstreik gestern abgesagt, nach einem Vergleich mit der Bahn vor Gericht. Für den Regionalverkehr sprach die Bahn allgemein von Einschränkungen und Zugausfällen morgen und am Dienstag. Die EVG wies darauf hin, dass der Streikaufruf für einige private Bahnunternehmen weiter gilt. Im Freistaat ist die Bayerische Regiobahn betroffen. Zum Fußball. In der zweiten Bundesliga wird das Aufstiegsrennen immer enger. Beim Abstieg ist für Jan Regensburg eine Vorentscheidung gefallen. Nach einer 1 zu 5 Heimniederlage gegen den Hamburger SV bleibt der Jan vorletzter und kann höchstens noch den Relegationsplatz erreichen. Der HSV rückt auf einen Punkt an den Tabellenzweiten Heidenheim heran, der in Paderborn 2 zu 3 verlor. Spitzenreiter bleibt Darmstadt. Trotz eines 1 zu 2 in Hannover drei Punkte vor Heidenheim. Das Wetter in Bayern, am Nachmittag wechselnd bewölkt, mit freundlichen Abschnitten und vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und besonders vom Alpenrand bis nach Niederbayern Regen. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Auch morgen und in den folgenden Tagen unter Tiefdruckeinfluss oft bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 14 bis 20, sonst 9 bis 16 Grad. Es ist 17.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Die A93 Holledau Richtung Regensburg ist zwischen Saalhaupt und Regensburg Süd nach einem Auffahrunfall im Baustellenbereich gesperrt. Hier staut es sich. Richtung Holledau zwischen Regensburg-Kumpfmühl und Bad Abach 8 Kilometer Stau wegen der Bergungsarbeiten. Wenn möglich umfahren Sie am besten weiträumig. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat Musiksalon Und herzlich willkommen dazu, sagt wie immer Simone Wichert. Schön, dass Sie mit dabei sind beim Muttertags Musiksalon. Da binden wir unseren Müttern heute einen Rosenstrauß aus den verschiedensten Rosen, musikalischen natürlich, aus den Gärten unserer Laienmusiker. Und wir beginnen mit kaum aufgeblühten Rosenknöspchen. Das Salonorchester BR hat sie für uns gepflückt. Musik 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 Das Salonorchester Berre aus der Rosenheimer Gegend war das zum Muttertag mit Rosenknöspchen Und wie versprochen geht es weiter mit Musik rund um die schönste aller Blumensorten Nun von zwei Vokalensembles aus Regensburg und Marktoberdorf Lieder von der Knospe über die Blüte bis hin zu einem ganzen Rosengarten Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Im Rosengarten waren wir gerade hier im Musiksalon auf BR Heimat mit der Blaskapelle St. Egidius aus Schmidt-Mühlen in der Oberpfalz. Ein schwäbisches Lied gibt's jetzt. Friedrich Silcher hat dieses oberschwäbische Tanzliedchen vor mehr als anderthalb Jahrhunderten für Männerchor geschrieben. Bei uns singt es der Matrikalkor der Münchner Musikhochschule. Rose Stock, Holderblüh. Und nur so ganz nebenbei. Unsere Aufnahme ist vom Bayerischen Chorwettbewerb 2013. Den hat der Chor gewonnen, sich damit für die Teilnahme am Deutschen Chorwettbewerb 2014 qualifiziert und den dann auch noch gewonnen. Der Matrikalkor der Münchner Musikhochschule. Jetzt also Rose Stock, Holderblüh. Rose Stock, Holderblüh. Sieg der Wind in den Wulsch und das Gänder, das Gaser, um und um doppelgängert, man ist noch nicht. La, 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 la. Anseln, Kugeln und Lippen, so frisch, wie es so un-und-tisch, das jeder Wind. Lalalala, lalalala. Musik 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 Augen sind die Nacht so schwarzen, nur zwei Sternein gucken. Oh du, oh du, oh du, oh du schwarz, hau des Bändels. Du lalala, du lalala, du lalala, du lässt mir keine Ruhe, du lässt mir keine Ruhe. Du nimmst wie der Himmelgut, denn er überkommt, seit ich Welt tut. Oh du, oh du, oh du, oh du schwarz, hau des Bändels. Du lalala, du lalala, du lalala, du lässt mir keine Ruhe. Du lalala, du lässt mir keine Ruhe. Oh du, oh du, oh du, oh du schwarz, hau des Bändels. Du lalala, du lalala, du lässt mir keine Ruhe. Du lalala, du hast mir eine Ruhe. Oh du, oh du, oh du Schoen. Oh du mim 가지 die Ruhe. Oh du schwarzen, keine Ruhe. Musik 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 Vom Mädel mit dem Rosenmund, mit dem Jugendchor Kempten zu Rosen der Liebe, die wir gerade von den Klosterberg-Musikanten Karm überreicht bekommen haben. Bei uns hier im Musiksalon auf BR Heimat dreht sich heute alles um die für viele schönste aller Blumen. Und einen bunten Blumen, nein, Liederstrauß daraus, überreichen wir zum Muttertag unseren Müttern. Das türkischstämmige Ensemble um Seref Dayanolu schließt sich dem an mit einem Rosenzweig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 El aman, pek yaman, her zaman ol güzel. El aman, pek yaman, her zaman ol güzel. El aman, pek yaman, her zaman ol güzel. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Amin. Wussten Sie, dass die Sängerin Edith Piaf auch Komponistin war? Gleich das erste Chanson, das sie je selbst geschrieben hat, wurde in viele Sprachen übersetzt. Im französischen Original trägt es die Rose im Titel und handelt, klar, von der Liebe. Unsere Version hier im Musiksalon auf BR Heimat ist vom Mühldorfer Duo As Time Goes By. La vie en rose. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Cause there's changes in the ocean And there's changes in the sea And there's changes in my own true love But there ain't no change in me Rose of Aberdeen, ein Titel des Eichacher-Duos Tom und Floh war das Eine Live-Aufnahme von ihrem Konzert im Zirkus Krone im Jahr 2015 Unser musikalischer Rosenstrauß für unsere Mamas ist inzwischen schon recht stattlich geworden Aber eine fehlt noch, eine jazzige Vorher sag ich BR Heimat, Dankeschön fürs Zuhören Und bleiben Sie noch ein wenig bei uns Die letzte Rose hier im Muttertags-Musiksalon Überbringt gleich das Jazz-Up-Quartett aus Günzburg Mit Fetz Wallers Jazz-Standard Honeysuckle Rose Nach den Nachrichten hören Sie dann hier auf BR Heimat wie jeden Sonntag Fränkisch vor sieben Und ich freue mich am kommenden Sonntag wieder auf Sie hier im Musiksalon Weiterhin einen schönen Sonntag Und allen Müttern einen liebevollen Muttertag Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Simone Wichert Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Musik 18 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Lersch. Die Übersicht. Selensky nimmt in Aachen Internationalen Karlspreis entgegen. Wahllokale in Bremen sind geschlossen. DGB Bayern fordert Kindergrundsicherung mit höheren Leistungen. Das Wetter weiterhin wechselhaft mit vielen Wolken und zeitweise Regen. Aachen. Bei der Verleihung des Karlspreises hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und das ukrainische Volk für deren Standfestigkeit gewürdigt. Davon sei sie zutiefst gerührt, sagte von der Leyen in ihrer Ansprache. Die Ukrainer kämpften stellvertretend für die europäischen Werte, für Freiheit, für Meinungsfreiheit und die Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten. Der Preissende eine klare Botschaft. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Fast wortgleich hatte es zuvor Bundeskanzler Scholz in seiner Laudatio formuliert. Scholz erinnerte überdies an die ersten Auftritte Selenskys nach dem russischen Überfall im Februar 2022. Mit den Worten, der Präsident ist hier, wir alle sind hier, habe er in der allerersten Videobotschaft seinen Landsleuten Hoffnung gegeben und den Widerstand bekräftigt. Selenskyj bekommt den international renommierten Preis zusammen mit dem ukrainischen Volk. Ankara. In der Türkei haben die Wahllokale geschlossen. Insgesamt waren rund 64 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten und das Parlament zu wählen. Nach fast 20 Jahren an der Macht könnte Präsident Erdogan abgewählt werden. Sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kilitsch Daroglu, liegt in den Umfragen mit einem Bündnis aus sechs Oppositionsparteien vor Erdogan. Bei einem Wahlsieg will die Opposition mit dem autoritären Kurs von Erdogan brechen. Kilitsch Daroglu versprach im Wahlkampf eine Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung politischer Gefangener. Mit belastbaren Ergebnissen wird erst am späten Abend deutscher Zeit gerechnet. Bremen. Auch in Deutschlands kleinstem Bundesland waren die Bürger heute an die Urnen gerufen. Die Wahllokale haben soeben geschlossen. Hier die Prognose für die nächste Bürgerschaft. SPD 29,5 Prozent, CDU 25,5. Grüne 12,5 Prozent, Linke 10,5. Bürger in Wut 10,5 und FDP 5,5 Prozent. Der Zwei-Städte-Staat mit Bremen und Bremerhaven wurde zuletzt von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken geführt. Diese Koalition könnte nun weiter fortgeführt werden. Nach den Wahlen 2019 hatte zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die CDU vorn gelegen. Die zweitplatzierte SPD schmiedete aber ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei und blieb so an der Regierung. München. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern hat von der Bundesregierung eine unkomplizierte Unterstützung von Kindern aus armen Familien angemahnt. DGB-Chef Stiedl sagte, eine gut gemachte Kindergrundsicherung könne das Leben von 254.000 Kindern und Jugendlichen im Freistaat verbessern. Dafür müssen die Leistungen aus seiner Sicht aber höher sein als beim Bürgergeld. Nur so sei soziale Teilhabe wie bei Klassenfahrten oder Freizeitaktivitäten möglich. Stiedl verwies darauf, dass viele Familien, die ein Recht auf den Kinderzuschlag haben, diesen nicht beantragen. Sozialleistungen dürften nicht nur auf dem Papier stehen, so Bayerns DGB-Chef. Sie müssten auch bei den Familien ankommen. Stuttgart. In der Fußball-Bundesliga hat es Stuttgart verpasst, die Abstiegszone vorerst zu verlassen. Die Schwaben kamen zu Hause gegen Leverkusen, nicht über ein 1 zu 1 hinaus und bleiben Tabellenvorletzter. In der zweiten Liga hat Tabellenführer Darmstadt den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Die Hessen verloren 1 zu 2 in Hannover. Der Hamburger SV gewann mit 5 zu 1 beim Abstiegskandidaten Regensburg und liegt auf Tabellenplatz 3. Nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Team aus Heidenheim, das mit 2 zu 3 in Paderborn verlor. Das Wetter in Bayern. Es ist wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, aber auch gewittrigen Schauern. Kommende Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Am Dienstag kann es im Süden Bayerns auch länger regnen. Höchstwerte morgen 14 bis 20 Grad. Die Verkehrslage A92 Deggendorf Richtung München. Zwischen Moosburg Süd und Erding ist nach einem Unfall die linke Spur blockiert. Und in Richtung Holledau zwischen Regensburg-Kumpfmühl und Bad Abach. 8 km Stau wegen Bergungsarbeiten. Wenn möglich, umfahren sie am besten weiträumig. Soweit die Verkehrsübersicht.